Wie ist das Sommerskillspringen in den letzten 30 Jahren? Es ist alles professioneller geworden, der Sommer wird übertragen im Fernsehen, sehr viele Wettkämpfe live und er wird von fast allen führenden Nationen zur Gänse wahrgenommen und ich denke, er ist aus dem Skisprungkalender, aus der Skisprungwelt nicht mehr wegzudenken. Untertitelung des ZDF, 2020